Leute was geht ab Leute, Sonntag, Event läuft noch in vollem Gange, die anderen sind am Bordeauxplatz, fleißig fahren, aber ich bin auf dem Weg, also was heißt auf dem Weg, ich warte hier auf die Kollegen, dann geht's auf Scannertour, Labgras, für euch, wie ihr wolltet. Es ist gerade ein 98er Turnup Tour gespawnt, den kriegen wir leider nicht mehr, echt schade, aber schauen wir mal sonst. Servus, was geht ab Jungs. Kannst du mich scannen? Meinst du mich? Bitte? Meinst du mich? Ja, beide eigentlich. Ich hab schon gesehen, ich bin gleich hier in die Straße und das ist ja irgendwo wo. Also wo lang muss ich hier? Weiter oder? Nein, nein, also oben. Das ist nochmal erstes Labbrus. Was? Baby. Wow. Mein Gott, ich hab die Berge vergessen. So, direkt das nächste. Hoffentlich. So recht früh. Wenn noch nicht getopft wird. Ich hab beim letzten gelbe Berge vergessen. Wegen. Ich hab den Böden. Ich hab den Böden. Kyse. Oh, ich hab den Böden. Ja. Dann. Das war's für heute. So, eine gute Unterbrechung von Lavita. Der Kollege hat noch ein paar Desperate Erwachsenen. Das ist die Jettbewerbe. Easy. Bis zum nächsten Mal. 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 Moment. Über 2000. 2036? Genau. Dann bist du ja über 30. Bei mir auch. Ich bin Level 32. Nicht schlecht. Und du bist da drin jetzt. Und du bist da drin. 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 Okay. Zum Glück habe ich dem Kollegen vertraut. Endlich gefangen. Welches Team bist du? Team Gelb. Auch? Team Gelb. Auch Team Gelb. Sehr gut. Übernehmt ihr gleich die Bavaria? Ja? Nein. Wir sind auf Laprasjagd. Wir sind auf Laprasjagd. Wieso bist du da drin? Ja. Ich bin echt drin. Okay. So. Nächstes Laprasjagd. Endlich mal ein kleines. Die Jungs haben wieder mal Probleme. Oh mein Gott. Richtig schlechter Wurf. Hoffentlich kann ich den cutten. So. Ich habe gerade ein paar Zuschauer getroffen. Immer lustig. Auch schön mal wieder junge Spieler zu sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl der Altersdurchschnitt ist relativ hoch. Oder gern Ice Beam. Oder gern Ice Beam. Oh. Vier Pokémon. 10 WP. Vollglücker. Sehr gerne. Hast du schon? Ja. 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 So, das war's, recht gute Ausbeute, ein Lavita haben wir auch noch mitgenommen, ein Gelaxo, immer gut, ein Janera, das habt ihr leider nicht gesehen, weil der Screen Recorder gefehlt hat, ansonsten habe ich jetzt während des Events über 20 Labgas gefangen, hauptsächlich auf der Tour, aber auch viele Innemodulen, auch ein paar einfach so auf der Straße, schreibt unten in die Kommentare, wie viele Labgas ihr während des Events gefangen habt und wie ihr allgemein das Event fandet, ist noch nicht zu Ende, ein, zwei Tage haben wir noch, kommt halt drauf an, wann ich dieses Video hier hochlade, weil ich noch keine Ahnung habe, ob ich das am Ende im Buch landen soll oder heute, da ich noch ein anderes Video geplant habe, weil ich wurde gesoftbänd, habe echt zu viel gespielt, echt keine Ahnung, wie das passiert ist, weil vor allem habe ich mich echt zurückgehalten, aber das könnte davor noch kommen, schauen wir mal, falls nicht, dann demnächst ein Video darüber, wie ich gesoftbänd wurde, ansonsten war es das auch schon wieder, wir mal liken, subscribe und kommentieren, check die anderen Wies ab, folgt mir auf Instagram und Facebook, vergesst nicht Pokémon und CS Business.